Hallo und herzlich willkommen bei Aktien bei diesen Damen und auch willkommen bei einem neuen Video und zwar einer neuen Aktienshow. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, unter anderem um Hannover Rück, um BlackRock, um JP Morgan, aber natürlich auch noch um ein paar andere, wie zum Beispiel Lucid und so weiter und so fort. Wir fangen jetzt aber direkt einmal an mit Hannover Rück. Denn man hat den Aktionären versprochen, dass man die Dividende nicht streichen wird. Man wird sie nicht streichen, man wird sie mindestens auf dem gleichen Niveau halten, wie sie jetzt sind. Heißt also 4,50 Euro, dort wird man sie halten. Dafür wird man dann eventuell auch das Ziel der Ausschüttungsquote aussetzen, denn das lag zwischen 35 und 45 Prozent. Und das kann jetzt eventuell nicht mehr eingehalten werden, gerade wenn es einen Gewinnrückgang gibt. Und genau deswegen hat man das nochmal bestätigt, dass auf jeden Fall es so ist, dass man dann tatsächlich immer die gleiche Dividende mindestens bekommt. Kann natürlich trotzdem erhöht werden, aber das zumindest mindestens. Es kann aber sein, dass die Sonderdividende ausfällt, aber man muss dort dazu sagen, dass die Sonderdividende trotzdem noch gezahlt werden kann. Zum Beispiel 2019 hatte man 4 Euro Dividende und nochmal eine Sonderdividende von 1,50. Im Gegensatz dazu hatte man zum Beispiel 2,20, dann 4,50 Euro Dividende schon, also 50 Cent mehr. Allerdings keine Sonderdividende und da kommt das jetzt auch so ein bisschen noch mit, sage ich mal, drauf an. Denn die könnte dann dementsprechend wegfallen oder auch wieder dazukommen. Aber zumindest die Regeldividende wird gleichbleibend mindestens bleiben. Microsoft bzw. Experten gehen davon aus, dass Microsoft weiterhin auch sehr, sehr stark bleibt. Das heißt also, man hat jetzt ja bestimmte Vorstellungen, wie die Aktie laufen soll, aber nicht nur die Aktie, vor allem auch das Unternehmen. Und da sind sich Experten relativ einig, das wird auch in Zukunft weiter gut laufen. Man hat sich auch nochmal von Microsofts Seite zum Beispiel zu Windows 11 geäußert. Man hat gesagt, letztendlich ist es so, dass man Windows 11 nochmal rausgebracht hat mit diesen ganzen Neuerungen, weil einfach eine neue Situation entstanden ist. Man hat sehr, sehr viel oder viele Leute im Homeoffice, die sind zum Beispiel dann nicht nur natürlich im Homeoffice, sondern auch privat an ihrem Rechner. Und das möchte man so gut wie möglich verbinden, dass man sowohl eine Homeoffice-Oberfläche hat, als auch direkt umschalten kann in einen nahtlosen Übergang im Prinzip aufs Privatleben. Und genau das möchte man damit erreichen. Damit ersetzt man noch so ein bisschen so ein Statement. Im Gegensatz zu Apple, da hatte man auch nochmal drüber gesprochen, möchte man diesen Konkurrenzkampf oder diesen Wettbewerb etwas anders ausleben. Apple hat ja dieses, ich sag mal, Ökosystem, dass man halt einfach AirDrop zum Beispiel benutzen kann und so weiter und so fort. Microsoft möchte eher in diese Richtung gehen, dass man sagt, wir haben zum Beispiel Laptops oder PCs, die für jeden Anwendungsbereich sind. Das heißt also von klein bis groß, von günstig bis teuer, also einfach über die Auswahl das Ganze regeln. Man muss sagen, ihnen sind so ein bisschen bei den Laptops zum Beispiel Marktanteile weggenommen worden, zum Beispiel im Bildungsbereich von Chrome OS, aber natürlich auch die MacBooks, die werden auch aktuell relativ gut verkauft. Kommen wir mal zu Daimler, denn die haben ja auch natürlich eine Sprinterproduktion, zum Beispiel auch in Niedersachsen. Und in Niedersachsen ist es aktuell so, dass auf dem Messegelände in Hannover ziemlich viele Sprinter stehen. Das hat natürlich einen Grund und zwar den Chipmangel. Es ist ganz einfach so, dass man die Fahrzeuge nicht vollständig herstellen kann. Das heißt, dort fehlen einfach schlichtweg einzelne Teile und genau deswegen hat man die dann tatsächlich auch auf dem Messegelände bzw. auf den Parkplätzen dort geparkt. Die sollen dort nur vorübergehend stehen, bis halt neue Teile da sind und dann werden die vervollständigt. Heißt also, die Fahrzeuge, die dort stehen, sind nicht vollständig, sondern man braucht halt einfach Platz, um die irgendwo zwischenzulagern, damit man dementsprechend weiter produzieren kann, weil halt einfach dort einzelne Teile fehlen. Und wenn es dann weitergeht, dann werden die auch sicherlich vervollständigt. Damit kommen wir jetzt zu Delivery Hero, denn die möchten natürlich weiter sich auch irgendwo global bewegen. Und dafür haben sie jetzt die App oder übernehmen sie den App-Hersteller Hugo. Dieser Lieferservice ist in über 40 Städten in 6 Ländern aktiv. Als Beispiel jetzt mal El Salvador, die Dominikanische Republik oder auch Jamaika. Und dort möchte man die gerne übernehmen. Finanziell gibt es dazu bisher zumindest noch keine Aussagen. Und man muss natürlich sagen, das Ganze muss von den Behörden noch bestätigt werden. Man geht davon aus, dass die Übernahme im ersten Quartal 2022 geschafft ist. Allerdings, wie gesagt, da müssen die Behörden erstmal zustimmen. Ganz kurz mal als kleine Einordnung. Der Brutto-Warenwerk lag jetzt so ungefähr bei 150 Millionen Euro. Also so, damit man mal weiß, was dort ungefähr umgesetzt wird. Und da möchte sich Delivery Hero dann auch auf dem Markt verstärken. Wenn euch das Ganze gefällt, dann könnt ihr gerne abonnieren. Ihr könnt liken, auch gerne mal in unserem Shop vorbeigucken. 15% Rabatt. Ich habe es gestern schon mal erwähnt. Ein T-Shirt zum Beispiel made in EU, made in Amerika. Auch die Hoodies und die Hosen. Guckt auf jeden Fall gerne mal vorbei. Steht dann auch immer dazu. Kommen wir mal zu Nordex. Denn Nordex hat tatsächlich ein bisschen die Bücher geöffnet. Und sie haben gesagt, wie viele Aufträge sie jetzt im dritten Quartal bekommen haben. Und das ist tatsächlich ein ziemlich starkes Quartal gewesen. Nordex konnte die Aufträge im dritten Quartal fast um 50% steigern. Insgesamt hat man jetzt ein Volumen von 1,8 Gigawatt in Auftrag oder an den Mann bringen können. Im Prinzip mit Aufträgen. Außerdem ist es so, dass man von 271 Windanlagen vom Vorjahresquartal, natürlich vom gleichen Zeitraum, im dritten Quartal 2021 auf 389 steigen konnte an Aufträgen. Das heißt also, man hat sehr, sehr viele Aufträge neu dazu bekommen. Unter anderem natürlich aus Deutschland, aus Frankreich, aus der Ukraine. Aber selbstverständlich die größten Aufträge aus Australien. Heißt also, hier hatte man jetzt mal wieder eine positive Nachricht. Man muss sagen, es ging ja eher negativ jetzt über die letzten Wochen hinweg für Nordex. Immer wieder auch vom Aktienkurs den Bach runter. Jetzt konnte man tatsächlich mal wieder relativ stark, ich sag mal, überzeugen. Denn mit dieser Auftragslage ist es natürlich sehr, sehr positiv. Und das hat sich jetzt zumindest kurzzeitig auch auf den Aktienkurs ausgewirkt. Wird natürlich interessant, wie das jetzt bis zum Tagesschlusskurs sich noch verändert. Lucid wird 2023 wohl beginnen, einen neuen SUV herzustellen. Und zwar wird er Gravity heißen. Das hatte man jetzt schon mal so ein bisschen vorangekündigt. Außerdem hat man nochmal gesagt, dass man sehr gut im Plan, was die Produktionskapazität angeht, ist. Das heißt also, in diesem Jahr möchte man gerne 577 Modelle herstellen. Im Jahr 2022 möchte man dann schon bei 20.000 sein. Und im Jahr 2023 bei 50.000. Erdogan hat in der Türkei drei Notenbanker entlassen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Lira zumindest in Bezug auf den US-Dollar einen absoluten Tiefpunkt erreicht hat. Heißt also, man hat für einen US-Dollar 9,19 Lira auf den Tisch legen müssen. Mittlerweile hat sich das Ganze wieder so ein bisschen beruhigt. Jetzt ist man gerade wieder bei 9,14 Lira, die man auf den Tisch legen muss für einen US-Dollar. Vom Rekord her, was den Euro angeht, sind wir etwas weiter entfernt. Auch nicht weit, aber etwas weiter. Ganz einfach deswegen, weil der etwas schwächer geworden ist gegenüber dem US-Dollar über die letzte Zeit. Ansonsten merkt man, es geht eher bergab. Das Ganze soll wohl daran gelegen haben, dass die drei Notenbanker eher diese konservative oder das, was sich auch immer wieder bestätigt hat, versucht haben oder machen wollten, im Prinzip die Inflation bekämpfen, indem man den Leitzins anhebt. Und Erdogan ist da großer Verfechter von den Zinsen, beziehungsweise er möchte einfach nicht, dass die Zinsen angehoben werden. Und genau deswegen hat man diese Notenbanker wohl gefeuert. Das ist zumindest der Bericht. Südzucker konnte den Gewinn im ersten Halbjahr fast verdoppeln. Außerdem wurden die Prognosen nochmal angehoben, die man fürs Gesamtjahr hat. Der operative Gewinn soll weiterhin zwar zwischen 300 und 400 Millionen Euro liegen. Allerdings hat man die Umsatzspanne etwas angehoben. Und zwar von 7 bis 7,2 Milliarden Euro auf 7,1 bis 7,3 Milliarden Euro. Heißt also, dort hat man die Spanne um 100 Millionen im Prinzip angehoben. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv, auch für die Aktie, zumindest für den ersten Moment. Kommen wir mal zu TSMC, denn das ist ja eigentlich sehr interessant. Gerade wegen dem Bereich Chipmangel. Es ist so, dass man ein ziemlich starkes Quartal ausgepackt hat. Einen Rekordumsatz von umgerechnet ungefähr 12,17 Milliarden Euro. Das sind 16,3 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Außerdem ist es tatsächlich so, dass man einen sehr, sehr starken Gewinn einfahren konnte. Mit 4,8 Milliarden Euro umgerechnet, was in etwa 14 Prozent mehr sind als noch im Vorjahreszeitraum. Damit wurden die Analystenschätzungen tatsächlich auch ziemlich stark übertroffen. Aber es gab noch eine andere Nachricht. Und zwar geht man natürlich auch weiterhin von der Chipknappheit aus. Und deswegen wird man Geld investieren und zwar 100 Milliarden US-Dollar. Das ist so, dass man das gerne über die nächsten drei Jahre machen möchte. Also bis 2024. Dieses Jahr soll es noch anfangen. 30 Milliarden sollen also noch dieses Jahr investiert werden. 30 Milliarden 2,22 Milliarden. 30 Milliarden 2,24 Milliarden. Zumindest ungefähr also 33 Milliarden, aber ist ja letztendlich egal so in diesem Rahmen. Und zwar möchte man gerne die Produktionskapazität massiv erhöhen. Das Ganze wird wohl anfangen in Japan, denn in Japan wird man jetzt die erste Fabrik bauen. Das soll wohl noch dieses Jahr beginnen. Das heißt also dort wird man sehr, sehr viel Geld für die Produktionskapazität reinstecken. Es ist aber so, dass die Fabrik natürlich noch nicht dann nächstes Jahr oder so fertig ist. Das dauert alles etwas länger. Und zwar rechnet man damit, dass man im ersten bzw. zweiten Quartal, also im ersten Halbjahr 2024 fertig ist. JP Morgan hat Quartalszahlen ebenfalls vorgelegt und die waren auch ebenfalls überzeugend. Man konnte den Gewinn um knapp ein Viertel erhöhen auf 11,7 Milliarden US-Dollar. Da muss man aber dazu sagen, man hatte relativ viele Rückstellungen gebildet. Ganz einfach deswegen, weil halt die Kredite eventuell nicht zurückgezahlt hätten werden können. Allerdings ist es so, dass man die Rückstellung jetzt auflösen konnte und diese Rückstellung hat eine Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar. Heißt also im Prinzip, dass 2,1 Milliarden US-Dollar davon sind eigentlich rein auf die Rückstellung zurückzuführen. Der Umsatz ist tatsächlich auch genauso wie der Gewinn über den Analystenschätzungen. Ich fange jetzt mal ganz kurz mit dem Umsatz an. 31,4 Milliarden US-Dollar hat man erreicht. Geschätzt wurden ungefähr 30 Milliarden US-Dollar natürlich. Und der Gewinn lag bei knapp 3 US-Dollar 78, während die Analysten von knapp 3 US-Dollar 20 ausgegangen sind. Und damit kommen wir jetzt auch zum letzten Thema und zwar die Quartalszahlen von BlackRock. Denn BlackRock hat tatsächlich auch die Quartalszahlen vorgestellt. Und erstmal ist dort sehr, sehr bemerkenswert, was sie für ein verwaltetes Vermögen haben. Und zwar 9,58 Billionen US-Dollar. Die Zahlen waren auch dort übrigens sehr, sehr überzeugend. Waren ebenfalls über den Analystenschätzungen. Denn der Nettogewinn konnte um 24% auf 1,68 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Das entspricht einem Gewinn je Aktie von 10 US-Dollar 95. Analysten sind davor tatsächlich von 9 US-Dollar 39 ausgegangen. Das heißt also, die konnte man ziemlich stark übertreffen. Aber nicht nur den Gewinn je Aktie, beziehungsweise den generellen Gewinn damit natürlich auch, sondern tatsächlich auch den Umsatz. Denn der Umsatz hat 5,05 Milliarden US-Dollar betragen, während Analysten davor von 4,82 Milliarden US-Dollar ausgegangen sind. Das große verwaltete Vermögen, beziehungsweise auch dieser ganze Zuwachs, den man dort gerade verzeichnen kann, liegt auch laut BlackRock hauptsächlich daran, dass die ETFs einfach eine sehr, sehr starke Preisdynamik haben, beziehungsweise dass generell ETFs eine starke Dynamik haben und immer mehr halt rein investiert wird. Und dementsprechend davon kann BlackRock natürlich sehr, sehr gut auch profitieren. Heißt also vor allen Dingen aufgrund der ETFs kann man dort aktuell ziemlich viel Vermögen verwalten. Aber selbstverständlich nicht nur deswegen, aber das ist zumindest ein Grund, weswegen es gerade so stark bergauf geht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, ihr könnt gerne liken, auch wie gesagt im Shop mal vorbeigucken auf unsere Internetseite und so weiter und so fort. Da auf jeden Fall mal vorbeigucken, gibt 15% Rabatt, Rabattcode ist im Übrigen in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao.